hallo leute hier ist euer solis von 13 part von flutterfield todel internet machen wir wieder weiter wir müssen nämlich mal hier weiter kommen so dass wir nämlich noch vier meisterschaften und wir haben noch ein bisschen vor und wir fangen gleich mal an mit break a leg classic cup sehen wie es läuft ob es gut läuft ich hoffe es mal und das sind part gibt es ein paar sachen die jetzt nicht so toll waren weil der wagen immer mal ein bisschen mit gerne mit dem heck kommt was hier schon nicht so toll ist und ja deswegen müssen wir mal ein bisschen aufpassen und ja so los hier hat man wieder hier ein bisschen getroffen und wo kommt schon wieder mit dem heck so ein bisschen gas geben hier hier schlangenlinien Escalate hier Escalate hier Also hier irgendwie So Wow Was ab und zu mal ein bisschen Weil ich nämlich ein bisschen Versuchen muss noch Nein, komm Ne, keine Chance Ne, die müssen immer so Schwunglinien fahren So Naja, ich würde den lieber ein bisschen Etwas Außer rum fahren Also nicht direkt rein fahren Sondern halt Ja Ja Nein, komm So So Perfekt Jetzt müssen wir noch Eins und zwei Okay So, wenn ich mal schon mal Pause dritte ne Muss Ich muss nämlich noch irgendwie noch was klären Deswegen Deswegen Und Ja 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 Gut Okay Wir fahren mal hier lang Weißt du nicht ob das was bringen tut Wow Okay Okay Oh, schön Gechillt fahren Natürlich kein Eis Ich..! Du musst nicht mitnehmen Und Danke schön Dannwisch durch Danke 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 Geht doch Man muss halt nur Bitte sagen Dann klappt es eigentlich auch. Nein. So. Wir haben immerhin ein bisschen Vorsprung gemacht. Also, herausgefahren. Schon mal sehr gut. Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht blöd anstellen, könnten wir das in Ruhe schaffen, die Strecke. So, jetzt sind wir ab zur letzten Runde. So, jetzt schön hier um die Kurve. Ein bisschen abbremsen und hier rum. So, ein bisschen langsamer fahren. Wow, 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 wow. Okay, er kommt näher. Natürlich nicht so toll. Aber, ja gut. Der wenigstens gerade einen Fehler gemacht. Das kann ich mir gut zugute nehmen. Er kommt trotzdem immer noch ran. Deswegen muss ich gerade mal echt ein bisschen gechillter fahren, weil ich mit dem schnach ins Ziel muss. Weiß nicht die letzte Runde. Ich hoffe halt nur, dass es halt klappt. Klappt es? Ja. Sieht gut aus. Und er ist ganz nah am Nacken bei mir. Deswegen muss ich ein bisschen Luft zum Atmen. Er nimmt meine Luft gerade mal weg. Und, ja. So. Wo ist das Ziel? Da. Perfekt. Bei mir gerade. Ihr seht es hier. So. Ein erster geworden. Und jetzt kommt das zweite Rennen. Okay. Wir kommen sehr gut voran. Aber erstmal ist er halt wenig mit dem Höck gekommen. Das ist schon mal sehr gut. Na gut. Wenn man halt kontrolliert fährt, dann kann ja eigentlich auch nichts passieren. Und man muss halt auch ein bisschen Vollstieger fahren. Auch wenn das Spiel meistens um, ja, Knallen, Explosionen und alles zu tun hat. Aber manchmal reicht es auch langsam. Also gut, gechillt fahren. Ist meistens auch gut, hilfreich. Und auch ein bisschen schubsen. Manche verstehe ich nicht. Wieso werden wir eigentlich nie Erster auf der Startseite. Sondern nur irgendwie Letzte. Ist irgendwie mal ein bisschen komisch. Mach aus dem Weg. Alter. Dankeschön. Alter. Wow. Okay. Das wird ein schwieriges Rennen. Ich hab grad gedacht, das kommt vielleicht erst als letztes dran. Aber irgendwie war's um das so. Ja. Alter. Ich brauch auch noch Luft zum Atmen. Okay. So. Gut. Da passt du mir noch perfekt durch. Ist schonmal gut. Wir sind aktuell fünfter. Nice. Wow. Wow. Glück hat's. Okay. Hier ist ein sechster. Wow. Wow. Alter. Dankeschön. Ja. Bei diesem Rennen wird es sehr schlecht. Also. Als. Platz erreichen. Weil das schon. Naja. Hart ist. Alter. Kann ich auch mal nochmal fahren. Der siebte. Der siebte. Ah. Schade. Alter. Als ob das so passiert ist. Nein. Komm. Oh. Jagd nach dem. Roadrunner. Okay. Bin ich das der Roadrunner? Oder. Irre ich mich gerade. Oh nein. Oh nein. Nein. Ach komm. Mann ey. Das wär echt. Nice. Wenn ich irgendwie schaffen würde. Wenigstens. Vierter oder so. Das wär eben noch. Eine Sache. Aber. Wird schlecht. Leute. Das wär schlecht. Wo. So. Eine ist fast zerstört. Eine ist quer. Der Rest wird gebombt. Und. Wo. So. Zwei. Um drei. Vrei. Von drei sind wir gerade. Jetzt schon aus dem Weg. Danke. Wow. Mit dem Heck. So. Aus dem Weg. Danke. Wow. Wann gerade ein bisschen quer. Ok, dritter Platz sind wir gerade. Das wird uns glaube ich auch reichen erstmal. Aber jetzt weiter wäre natürlich noch besser. Schauen wir mal, ich schaffe es irgendwie. Weil ich nicht mehr viel leben. Und ja. Natürlich, da muss ich natürlich mein Gegner natürlich immer gut Abstand halten. Wenn das überhaupt klappt, weil die kommt nämlich erst nah ran. Am meisten da hinter mir. Oh. War zwar ein bisschen riskant zu fahren, aber es war schon okay. Oh, da ist schon der erste. Nice. Das zweite wäre auch okay, Leute. Das zweite wäre auch okay. Nein. Ich muss echt achten auf mein Leben. Nein. Ach komm. Na ja. Aus dem Weg. Alter. Mann ey. Ich will die Typen auch immer trainen. Das ist doch nicht wahr. Train ja, ist das auf hier. Ok, gut. Perfekt. Da ist der erste und der zweite. Der zweite Platz ist immer safe. Oh, und er ist der Platz auch. Nice. Boah, das war Glück, Leute. So. 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 Gut. Gut. Wer geht's? Mann, ja, wenn ich ihn mal schieben müsste, das ist ja immer nicht wahr. Ich hab's gar nicht geachtet, ob das jetzt schon... ...eine letzte Strecke ist. Oh. Alter, fahr doch. Hat der Typ besser gefahren, dann hätte ich's ja locker schaffen können. Ich will das mal, sieht hier kaum was. Ah, komm. Man kann hier kaum was sehen. Und... ...die Gegner sind richtig hart. Komm, die Strecke ist kurz. Okay. Alter. Alter. Alter, Mann. Kommst du schon mal hier ganz kurz mal in die Kurve, oder was? Mann. Oh. Ja. Oh. Wow. Hier ist ja gerade irgendwie einer zerstört. Ja. Okay Leute, ist schon mal gut. Also ich komme wenigstens schon mal ein bisschen mehr an die Gegner ran. Auch wenn ich halt nicht so einen tollen Platz habe. Ich glaube besser wird es glaube ich auch nicht. Oh. Ach komm ey, immer wieder selbe. Oh Mann, wie schass die Kabel. Also alles kann ich überhaupt nicht fahren. Also das ist bei mir natürlich schlecht. Oh. Ne. Keine Chance. Ich bin 11. Und jetzt noch die letzte Strecke. Ja. Verschaue ich dir ganz gut und dann kann ich dann doch noch erster bleiben. Wobei das sehr schwer wird, weil die mir schmeißen und dann bestimmt Tränen werden. Wie ich die kenne. Wie ich die kenne. Und ja, die bleiben ein bisschen sozial und sagen ja klar, ich fahre einfach mal ganz gechillt. Sozial. Oder auch Mist. Bei mir klar. Oder auch Mist. Bei mir. Probably, dass ni네요 mehr wird. Bei mir. Dann mein Vater ist die Fl bearings richtig schön. Und er zerstört mal auf die Fläche. Ja. Es zerstört mal auf den guidanceellen. شosium kannst du ja da können... Woh,.. ... das ding ist weg. Woh, das steht da, das Ding ist weg... ... NEIN! ... Deine Ist nochmal auf der Karte aufgelistert. Auf der Karte noch immer aufgelistert. … ... Wow, Klöcke habt. Na hier ist eigentlich ganz einfach Erster zu sein, irgendwie. Weiß zwar nicht warum, aber irgendwie ist es so. Ahm, Erster. Nice. Und bin Zweiter geworden, schade. Naja, egal. Zweiter ist auch doch schon ganz gut. Da ist Wüsten-Arena freigeschaltet, jetzt ist ein neuen Cup freigeschaltet. Ein Zweiter geschnischt. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal das Wüsten-Arena, oder? Ja, würde ich auch sagen, fahren wir mal das Wüsten-Arena rennen. Wo sind wir da? Ja? Ja, die S classify were... Josi, die Siedlenkarton starten, wo ist ja zweiter, wo ist das, was? Und das ist ja so. Ja now, wir dozens Meiner ... Das ist einfach mal 7000 Meter. Dankeschön... ich will mal einen Treffen... Dankeschön, immerhin etwas Ich will auch mal jemanden crashen Bamm 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 Nein, schade Bamm 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 Okay. Schade. Bats! Ah Mist. Wieso bin ich das geworden? Dritter. Okay. Ne, Dritter ist schon okay. So Leute, wir sagen bei Jimpa, das hat euch gefallen. Nächstes Mal geht es dann weiter. Ja, vergesst nicht abonniert und kommentiert und bleibt nächstes Mal bei Flutart 4 Total Insanity von SoulAce59.